Dankeschön! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yes! Wir sind da! Herzlich willkommen zu Stand-Up 3000 hier in Köln! Der besten Show für Stand-Up-Comedy! Stand-Up-Comedy hat endlich wieder ein Zuhause hier bei Comedy Central, mein Name ist Maxi Stettenbauer und wir haben wieder drei fantastische Comedians wieder am Start und wir haben natürlich wieder ein Überthema, das heißt alle Comedians, die wir heute zu Gast haben, werden sich zu diesem Thema auslassen und das Thema heute ist Medientrubel. Es gibt ja so viele Medien, so viele Sachen auf den Medien, Instagram, YouTube. Facebook, es gibt so viele Medien, ich krieg das Kotze. Instagram, das ist so der neue Shit, da laden sie alle irgendwie hoch. Ich bin ja selber auch auf Instagram und ich finde das auch richtig gechillt, was mir auf Instagram so auf den Sack geht, das sind so diese ganzen Topmodels, die irgendwie ihre Fotos da hochladen mit ihrer Bildbearbeitung und ihren 1000 Filtern und dann so tun, als wären das ganz normale Schnappschüsse. Ja, nein, ich schau halt geil aus, was willst du da machen? Dann sind die in den abstrusesten Positionen und tun so, als wären das normal. Ja, es ist völlig normal, dass ich hier an so einer Palme lehne, das mach ich immer. Und dann habe ich eine gesehen, das habe ich wirklich so ein Modelbild auf Instagram gesehen, die lehnt dann auf so einer Palme, ja, so ganz natürlich, ja. Und die Sonne scheint ihr perfekt ins Gesicht, im Hintergrund geht auch noch eine unter, ja, aber vorne fällt die Sonne perfekt ins Gesicht, ganz natürlich. Und im Hintergrund, aus dem Ozean, springt noch so ein Delfin raus, ja, der mit der Flosse so in die Kamera macht und drunter schreiben die dann so ganz verlogen, Hashtag genieße einfach den Tag. Und ich so, oh, fick dich. Aber die Medien ist ein Riesentrubel und wir haben natürlich heute wieder drei Leute eingeladen, die sich damit exzellent auskennen. Der erste Künstler, den ich jetzt auf die Bühne bitten darf. Er ist Teil des coolsten Konglomerats, was die deutsche Comedy zu bieten hat. Es macht mich depressiv, wie gut dieser Mann ist. Ich freu mich wahnsinnig, dass er da ist. Einen großen Applaus für Khalid. Okay, 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 okay. Puh, alles gleich, jetzt ist das gut, gut, gut. Ihr seht, ist das geil. Der redet grad von Models und auf einmal komm ich raus. Und natürlich, ein Nordafrikaner muss rauskommen mit Hintern wie JLo. Dankeschön, ich weiß, Bruder. Der afrikanische Bruder guckt drauf. Du bist gar kein Afrikaner, ne? Du bist bestimmt Tamile, oder? Nee. Sondern? Boah, Sri Lanka ist richtig. Sri Lanka? Ich sag doch Tamile, du sagst nee, aber Sri Lanka ist richtig. Da gibt's ja mehr. Ach, in Sri Lanka gibt's mehr, in Deutschland auch, aber trotzdem, alles deutsch. War auch grad rassistisch, jetzt hab ich direkt gedacht, du bist aus Afrika, oder? Ich kann auch keinen Deutschen von einem Holländer unterscheiden, tut mir leid. Du bist Holländerin? Echt, sag doch. Siehste? Und ich wollte gerade auch noch sagen, so cool, du bist mit deutscher Freundin hier. Ich hab gedacht, der hat sein Visum dabei, super. Ich komm aus Aachen, kennt ihr Aachen? Kifft ihr? Jeder Kiffer weiß, wir haben die besten Grammpreise. Ich bin nach der Show vorne an der Tür und, okay, ich glaub, die Holländerin hat bessere Preise. Weißt du, was ich machen wollte? Ich war sehr nervös, bevor ich auf die Bühne gekommen bin. Ich hab meine Mutter angerufen, ich so, Mama, bitte motivier mich, mach mir Mut. Mama, bitte motivier mich, sag mir was Gutes. Ich bin heute bei Comedy Central. Stand-up 3000, die so, warum 3000, 3000 Euro? Ich so, nein, viel weniger. Meine Mutter sagt zu mir, Khalid, mach dir keine Sorgen, die lachen dich nur aus. Ich studier, und ich hab das Mikro, diesen Ständergast kaputt gemacht. Es tut mir sehr leid. Ey, das geht gar nicht mehr drauf. Er ist schuld. Er ist schuld. Wir wissen, ein schwarzer Sri-Lankese. Was soll ich denn jetzt sagen, wenn du kein Tamile bist? Ein Singhalese. Singhalese? Böse, Volker Grupp. Guck mal, haben wir was gelernt? Du hast was gelernt. Ich hab was gelernt. Doch, die anderen, die anderen. Du denkst wirklich, die anderen wussten das, ne? Okay, gut. Wer wusste es? Alle? Gut, sehr gut. Ein, zwei, drei, drei. Wie heißt du, Yoga-Watt? Roga. Roga? Natürlich. Hammer Name. Super, voll der schöne Name. Was ist das für ein Name? Woher kommt dieser Name? Aus Deutschland. Aus Deutschland. Natürlich. Die beiden wollten mich verarschen. Kann das sein? Roga. Ich hab noch nie einen Deutschen gehört, der Roga hat. Als Roger. Ach, als Roger. Na klar. Auch deutscher Name. Wusstest du nicht? Alles Roger. Sagt doch jeder. Wie heißt du mit Nachnamen, Roga? Schneider. Schneider. Hammer. Super, Alter. Hammer Name. Komm, mein Name ist Chelid. Genau, guckt er so, hä? Schwieriger nach Chelid. Ich komm nirgendwo rein mit diesem Namen. Nicht mal ins Rathaus. Ich will nur meinen Pass verlängern. Nein. Und wenn ich Roga Schneider heißen würde, ich würd bekommen, was ich will. Ich geh rein, mein Name ist Roga Schneider. Ja, natürlich, der Pass, der Stuhl, der schreibtisch, nimm was du willst. Aber wenn ich mit meinem vollen Namen dahin gehe, mein Name ist Khalid Bonoir. Er hat Allahu Akbar gerufen. Wir sind beim Thema Medien heute. Es gibt eine Sendung, die ich sehr feier, die gerade ihr Comeback hat. Super Toy Club. Für alle, die es nicht kennen, ich erklär es kurz, ganz einfaches Prinzip. Bei Super Toy Club, das war eine Sendung, da haben vier Kinder gegen andere vier Kinder ein paar Spiele gespielt. Die, die gewinnen, dürfen am Ende ins Toyser Ass und sich zwei Minuten lang nehmen, was die wollen. Super Sendung. Ich hab's immer als Kind geguckt. Super Sendung. Ich wollte immer da mitmachen. Immer wollte ich da mitmachen. Das Problem ist, du brauchst drei Freunde. Ich hatte keine drei Freunde. Und die Jungs, die ich kannte, das waren alles gebürtige Deutsche aus gutem Elternhaus. So Roga und Gerion. Und immer, wenn ich die gefragt habe, hey, komm, wir gehen zu Super Toy Club, dann dürfen Sie uns Toyser Ass und nehmen, was wir wollen. Haben die immer geantwortet, na und, das kann ich auch so. Also wir sind reich, Khalid. Also musste ich meine Ausländerjungs fragen, die aus den Hochhäusern. Ja, hab ich die gefragt. Alle haben zugesagt. Das Problem ist, alle waren über 18. Also mussten Ausweise gefälscht werden und Bärte abrasiert. Wir kommen bei der Sendung an, der Moderator schockiert. Auf der einen Seite vier zehnjährige blonde deutsche Jungs. Auf der anderen Seite vier ausgewachsene Kanacken mit Bart und Zigarette im Mund. Und er fragt auch noch einen von uns so. Bist du dir sicher, dass du erst elf Jahre alt bist? Ja, ja, wallah, hast Probleme damit? Bei uns hast du Bart wuchs schon mit fünf, mein Freund. Natürlich haben wir gewonnen. Wir dürfen ins Toyser Ass und nehmen, was wir wollen. Wir stehen an der Startlinie. Bei drei geht's los. Eins, bist du bereit? Ja, wallah, ja. Zwei, einer holt Messer raus. Keiner weiß, warum. Drei, wir rennen los. Alle schubsen sich gegenseitig weg. Verpiss dich, das sind meine Playstations. Ey, das sind zehn Stück. Ich hab neun Geschwister. Man hört einen afghanischen Vater im Hintergrund. Ah, hol mal Rasierer. Die Mutter auch. Ja, hol mal Rasierer. Einer packt mittendrin sein Handy aus. Bruder, komm mal Hinterausgang mit Transporter. Ich hab nur eine Minute dreißig. Das Spiel ist vorbei und man gelangt an einen Tresor. Und der Moderator erklärt das Spiel mit dem Tresor. So, Kinder, hier befindet sich ein Tresor. Ihr benötigt vier Karten, um diesen Tresor zu öffnen. Ihr habt drei Sekunden Zeit, diese vier Karten aus diesem Becken voller Bälle zu fischen. Kommt zurück, der Tresor öffnet sich auf magische Weise. Und jeder von euch bekommt noch ein Fahrrad und eine Playstation. Ist das nicht toll? Der Typ noch nicht mal zu Ende geredet. Einer von uns schon am Tresor. Jalla, Jungs, lass mal reingehen. Ich so, ey, Bruder, wie hast du das aufgemacht? Bruder, McFit-Karte macht alles auf. Dankeschön, geil, das war's von mir. Nice one, nice one, nice one, nice one. Ey, unfassbar, unfassbar. Charlyt, Alter. Unglaublich. Und wisst ihr, was das krasse war? Er war wirklich nüchtern. Der ist so, ist unfassbar. Ich bin immer wieder fasziniert, wie er auf das Publikum mit einbaut in seine Auftritte. Dann kommt er, ich frage ihn so, Charlyt, weißt du schon, was du machst? Und er so, ne, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Der nächste Comedian, den wir jetzt zu Gast haben, der ist wirklich auch einer meiner Favorites. Der ist vor allem bekannt geworden, weil viele von seinem Auftritt sich über WhatsApp verbreitet haben. Und Alter, wenn sich Auftritte von dir über WhatsApp verbreiten, wenn Leute sagen, ey, das ist so witzig, ich teile das mit meiner Tante, mit meiner Oma, mit meinem Lehrer, dann hast du es wirklich geschafft. Einen großen Applaus für Özcan Kozak. Oh yeah, oh yeah. Vielen Dank, Dankeschön. 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 Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich komme aus einer ganz anderen Generation. Also ich bin, ich komme noch Generation mit drei Programmen. Weißt du, das war es dann eigentlich auch schon. Du hast so dreimal geswitcht, switch, 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 vorbei. Das war alles so. Du musst gar nicht aussuchen, was kommt heute im Fernsehen. Wir haben so coole Sachen angeguckt. Bei uns kam im dritten, wenn dann so ein Film kam, so ein Kung-Fu-Film, dann war das ein Highlight. Also das haben wir uns damals so angeguckt, so Jackie-Chan-Filme. Und denen das größte Problem war damals, welches Kung-Fu ist das bessere Kung-Fu? Jackie-Chan ist dann in die andere Sportschule gegangen, hat gesagt, das Hong-Kung-Fu ist besser als das Shen-Kung-Fu. Und dann kamen Kämpfer der Shen-Schule, die so, das stimmt nicht. Okay, die haben jetzt nicht das stimmt, die haben gesagt, sang ha, shu ha. Aber unten stand, das stimmt nicht. Und dann haben die gegeneinander gekämpft. Die so, pff, pff, pff. Und dann hat Jackie-Chan verloren. Der so, scheiße, Mann. Beim nächsten Mal muss ich besser drauf vorbereitet sein. Und dann ist er in den Wald gegangen und hat so wilde Tiere beobachtet, so Kobras. Und dann hat er die provoziert mit so einem Ast, der so, tss, tss. Und die Kobra so, tss, tss. Und dann hat er daraus eine Kampftechnik entwickelt, der so, die Kobra im Schatten des Adlers, der Tiger im Schatten des Wolfes. Und dann habe ich mir gedacht, Und dann bin ich ganz ehrlich, dann habe ich mir gedacht, so funktioniert das also. Dann bin ich bei uns in Stuttgart im Wald gegangen und ich habe keine wilden Tiere gefunden, Mann. Bei uns gab es nur Eichhörnchen, weißt du, wie ich meine? Und dann nimmt dich doch keiner ernst bei einer Schlägerei. So, weißt du, hey, pass auf, da kann die Eichhörnchen nicht, tut, tut, tut. Aber heutzutage, ganz ehrlich, wenn ich so Fernsehen gucke, ist ein bisschen komisch so. Es kommen so ganz komische Sachen. Es gibt ja 5000 Programme und die werden gefüllt mit irgendwelchem Content. Letztens habe ich die ekelhafteste Show gesehen, denn ihr Name war Endlich Schön. Endlich Schön. Die Medien sagen dir nicht nur, was du denken sollst, sondern auch, wie du auszusehen hast. Und dann laufen die mit einer Schablone rum und sagen, das ist schön, das ist schön. Und dann kommst du zu Hause und du sagst, ja, Mann, die haben so recht, Mann, ich bin so ekelhaft, was ist los mit mir? Und dann machst du da mit, mit diesem ganzen Schönheitswahn. Und eine Frau war da auch, weißt du? Drei Monate lang hat sie sich operieren lassen. Full Cover. Oberkiefer zersetzt hier, Unterkiefer hier, Brüste, bam, bam, Arsch, Silikonpads. Und nach drei Monaten wartet sie hinterm roten Vorhang und vorne wartet der perverse Ehemann mit dem Kind, der sie in der Sendung angemeldet hat. Der sagt, jetzt kommt sie raus, jetzt kann ich sie panieren, die Drecksau, die Elende. Und dann nennen sie diese Show Endlich Schön. Ich finde, man sollte der Show einen viel ekelhafteren Namen geben, damit alle wissen, wie ekelhaft und niveaulos die ganze Scheiße ist. Pimp my wife. Und das Ganze moderiert dann nicht Exhibits, sondern Dr. Dre. Ist ja eine medizinische Veranstaltung. Und Dr. Dre überrascht dich dann mit so einem riesigen Kamerateam, 20 Kameraleute, die so klingeln dann an der Tür, überraschen dich. Du machst so Tür auf, ding dong. Du so, yeah, Dre, yeah. Und der so, show me your bitch, motherfucker. Du so, come on, man. She's in the kitchen. Und dann machst du Tür auf, eh, und der so, whoa, shit. Is that your bitch? Du so, yeah, motherfucker. Der so, fuck, wie lange seid ihr schon verheiratet? 15 Jahre. Fuck, brother. Wie hast du es bloß ausgehalten? Der so, keine Angst, und bei der Frau so. Und dann packen die, dann packen die die auf eine Trage, tun so ein Tuch drüber und fahren sie zu West Coast Customs. Und dann warten dort die ganzen Spezialisten, so Zahnärzte, Schönheitschirurgen, Kieferchirurgen, die so, yeah, Dre, was hast du mitgemacht? Und der so, pff. Und die so, whoa, shit. Und dann der so, okay, Leute, was machen wir jetzt mit dieser Home? Und dann der Zahnarzt so, bei der Fresse haben wir die 201, bling, bling, LEDs, rein, motherfucker. Wenn diese Frau nachkommt, sogar Batman. Was sagt der Kieferchirurg? Nachdem wir hier operiert haben und dann bauen wir auf ihrem Rücken noch einen 16-Zoll-LED-Fernseher ein, dann kannst du beim Doggy-Style-Play-Session spielen. Oh, yeah. Aber das sind halt die Medien. Es wird immer ekelhafter. Auch heutzutage hörst du das, in jeder Sendung hörst du das. In jeder Sendung kommt das jetzt. Jeder kann ein Superstar werden. Ihr könnt alle Superstars werden. Jeder kann ein Superstar werden. Und dann produzieren sie die geilen Shows namens Popstar, Eurovision Song Contest, Deutschland sucht den Hurensohn. Nicht falsch verstehen, Leute. Nicht falsch verstehen. Aber mal ganz ehrlich, diese Leute, die da mitmachen, die haben doch mit Musik nichts am Hut. Wir haben in Deutschland so tolle Sänger, die trainieren jeden Tag, aber die wollen die in der Show nicht. Aber seien wir doch mal ehrlich, wir wollen die auch nicht. Wir wollen die, die abkacken in der Show. Die zum Casting kommen, die so, Und dann auch so zuhause, du bist so ein Depperl. Das sind doch Leute, die haben mit Musik nichts am Hut. Die sind normale so Leute, die beim Kacken singen. Weißt du, das sind die hier. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Und alle Leute, die bis jetzt gewonnen hat, die kennst du nicht mehr. Den einzigen, den du kennst, ist Menderes. Und der hat noch nie gewonnen. Das war's von mir, Leute. Vielen, vielen Dank. Check's out. Stand up. Du kommst. Ja, man. Ja, man. Nice. Oh, yes. Das war sehr schön. Ich finde, der Özcan, ich kenne ihn schon so lange, der Özcan, der ist so nett, der ist so unfassbar nett. Manchmal stehe ich auf und denke mir, heute schaffe ich's. Heute werde ich ihn hassen. Heute kriege ich's hin. Aber ich schaffe es nicht. Er ist so nett und Khalid genauso. Und ich finde das so cool, dass wir auch so ein breites Spektrum an Leuten hier haben, scheißegal, woher du kommst, scheißegal, wie du heißt, wenn du witzig bist, dann gehörst du hier hin zu Stand Up 3000. Und das ist wichtig, zu sagen, in einer Zeit, wo wir ständig Leute haben, die uns einreden wollen, dass das irgendwie komisch ist, zugereiste Kulturen oder sowas. Bullshit. Bullshit. Wir sind hier multikulturell bei Stand Up 3000 und das machen wir auch mit dem nächsten Comedian. Genauso, er ist Deutscher. und er ist wahnsinnig witzig. Ich habe ihn schon oft hier in Köln performen sehen. Er ist einer meiner Favorites hier aus der Kölner Szene. Einen Riesenapplaus für Juri von Stavenhagen. Großen Applaus! Dankeschön. Dankeschön. Comedicentro hat sich gedacht, weißt du, was eine richtig gute Idee ist, jemanden zu finden, über einen Medientrubel reden zu lassen, der 20 Follower auf Instagram hat. Das ist eine clevere Idee. Irgendwie für mich ist gerade das ganze Internet dieses Thema Filterbubble, über das geredet wird, dass angeblich das Internet und alle sozialen Medien so funktionieren, dass es dir nur das anzeigt, was du wirklich sehen willst. Und ich sitze trotzdem immer vom Internet davor und denke mir so, warum sehe ich dann nur Scheiße? Irgendwas läuft hier gerade falsch. Meine ganze Facebook-Pinwand besteht zum Beispiel nur aus so komischen Motivationsposts. So Leute, kennt ihr das? Dieses, hey, hier ist mein Schwarz-Weiß-Bild von einer Taube und dazu steht mein inspirierendes Zitat da drunter. Und du denkst, das ist so dumm, es ist immer irgendeine Version von Carpe Diem. Schreibt jemand, hey, egal wie alt du bist, du kannst all deine Träume noch erreichen. Und du denkst dir so, Alter, du bist Ende 50 und in der Buchhaltung, dann fang mal an. Und das geht in einer Tour so durch. Ich habe einen Kollegen, der ist Lehrer, der schreibt so Motivationssprüche für seine Schüler und das ist das dümmste der Welt. Er schreibt, ernsthaft, er schreibt so Motivationssprüche für die. Er hat geschrieben, hey, wenn ihr gerade denkt, es könnte nicht schlimmer werden, wenn ihr erwachsen werdet, dann wird alles besser. Und du denkst dir, nope. Es bleibt ziemlich genauso beschissen, wie es ist, nur dass noch Miete dazu kommt. Und wir Comedians sind nicht besser. Comedians machen genau das gleiche, die posten auch so dämliche Sprüche. Mein Kollege von mir, Comedian, hat allen Ernstes gepostet, wenn Lachen die beste Medizin ist, dann bin ich ja sowas wie ein Arzt. Und ich habe gedacht, Alter, du bist sowas wie ein Arschloch. Ich hasse diesen Satz, dieses Lachen ist die beste Medizin, das ist der dümmste Satz der Welt. Weißt du, was noch bessere Medizin ist als Lachen? Medizin. Das reicht. Komplett. Von vorne bis hinten. Weil wenn jetzt einer von euch hier am Boden liegt, einen Herzinfarkt hat, dann ruft ihr einen Arzt. Dann stehe ich nicht daneben und sage, warte, 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 warte. Kennst du den schon? Das ist Bullshit. Das passiert nicht. Das ist Quatsch. Aber ich frage mich halt, irgendwann kam so der Punkt, wo ich gefragt habe, vielleicht bin ich der Gestörte. Vielleicht sind diese ganzen Bilder normal. Ich stelle mir immer diese Frage. Ich sitze da und denke, entweder bin ich sehr, sehr gestört oder nur sehr, sehr deutsch. Ich habe das manchmal. Vielleicht habt ihr das auch, dieses, so immer wenn ich an der roten Fußgängerampel stehe und neben mir geht einer bei rot rüber, male ich mir immer im Kopf ein bisschen aus, wie er vom Auto rüberfahren wird. Und ich meine das gar nicht mal böse, sondern ich möchte nur dieses super Bauchgefühl haben, dieses so, puh, gut, dass ich nicht rübergegangen bin. Am liebsten hätte ich noch so einen kleinen Sechsjährigen neben mir stehen, dass du sagen kannst, guck mal, deshalb gehen wir nicht bei rot. Nee, hätte ich gern da. Ich kann das auch nicht leugnen. Also ich kann nicht mal so richtig gut Mitgefühl heucheln. Ich sehe das im Internet, ist das irgendwie ein großer Trend. Immer wenn irgendwas Extremes passiert, sind alle sofort da und sagen, oh, das ist so schlimm. Ich habe so einen Artikel gesehen, da war die Überschrift, Frau ersticht Mann an der Supermarktkasse. Und ich habe das gelesen und das war nicht der Artikel, der so krass war, sondern die Reaktion da drunter, dass Leute geschrieben haben, ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch sowas tut. Das ist unerklärlich für mich. Wieso tut ein Mensch sowas? Ich habe keine Erklärung. Und ich habe gedacht, Alter, ich könnte dir tausend Gründe nennen, warum ich an der Supermarktkasse jemanden abstechen würde. Easy tausend Gründe. Jedes Mal, wenn ich an der Kasse stehe und jeder, irgendwer steht hinter mir und beurteilt meinen Einkauf, dieses, sie wissen schon, dass Cola ungesund ist. Dann denke ich mir immer, weißt du, was auch ungesund ist? Zack. Oder wenn vor dir einer ist und irgendwie, wie rum kommt die C-Karte rein? Das war mein Lieblingskommentar unter diesem Artikel. Da hat eine Frau drunter geschrieben, ich werde nie wieder dort einkaufen. Und ich habe mir gedacht, ich werde nur noch da einkaufen. Das ist der beste Ort der Welt. Die Leute beeilen sich. Das ist schön. Ich möchte in einer Welt leben, wo ein Sechsjähriger nach Hause kommt und sagt, Mama, wo ist Papa? Und sie sagt, der hat so lange mit dem Kleingeld gebraucht. Das passiert. Es ist das, was mich stört und dieses Gefühl von, ich habe das Gefühl, du kriegst keine Antworten mehr auf Facebook oder sonst irgendwo im Internet. Ja, klar, kannst du es googeln, aber stell mal eine Frage irgendwo rein, du kriegst keine vernünftige Antwort. Weil ich weiß nicht noch, wie ich nach Köln gezogen bin und ich wollte mir eine Pizza bestellen, weil ich hatte nichts zu essen da, bin gerade eingezogen. Habe gedacht, was ist denn der beste Pizzalieferdienst in Köln? Und anstatt zu googeln wie ein normaler Mensch, habe ich im Netzwerk Köln nachgefragt, hey, wo gibt es den besten Pizzalieferdienst? Und anstatt mir zu antworten, schreibt mir eine Frau darunter, weißt du, Pizza kann man auch ganz einfach selber machen. Mit diesem miesen Unterton. Diesem, oh, wusstest du schon? Und anstatt einfach zu antworten, schreibt die Frau eine 20-seitige Dissertation darüber, wie man Pizza macht. Dieses, ach ja, das ist ja total einfach. Du brauchst nur Mehl und Wasser. Und wenn du kein Mehl zu Hause hast, dann kannst du ja beim Nachbarn fragen. und dann knetest du fünf Tage lang den Teig und dann lässt du ihn noch zwei Wochen lang gehen und neulich habe ich erst einen ganz tollen Pizzaboden aus Blumenkohl gemacht. Und du liest das und du schiebst so einen Hass, dass du dir im Kopf einfach nur ausmalst, wie diese Frau in ihrer eigenen glutenfreien Kotze erstickt. Ey, es hat mich so genervt, das gelesen zu haben. Es hat mich so angekotzt, dass ich die Frau aus Facebook gestalkt habe, nur um mich an ihr zu rächen. Und ich habe gewartet und gewartet, bis sie einen Fehler macht. Und irgendwann hat sie geschrieben, mein Mann und ich überlegen, ein Kind zu adoptieren. Wie geht man denn da vor? Und ich habe darunter geschrieben, weißt du, so ein Kind kann man auch ganz einfach selber machen. Das ist sehr, sehr einfach. Du brauchst einen Penis und eine Vagina. Knetest du fünf Minuten lang rum. Wenn du keinen Penis zu Hause hast, kannst du ja beim Nachbarn fragen. Ey, vielen Dank fürs Zuhören. Juri von Stavenhagen. Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Großen Applaus. Juri von Stavenhagen. Das war Stand Up 3000. Meine Gäste waren unter anderem der Mann, der Grund, um WhatsApp zu haben. Özcan Koza. Und selbstverständlich, der Robbie Williams, der Rubble-Comedy, Khalid. Sehr gut. Das war Stand Up 3000. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Unser Thema war heute Medienrummel. Und das Fazit der Sendung war, natürlich, wir wissen, es gibt viele Medien. Aber falls es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, klickt auf die Glocke. Und falls ihr es im Internet guckt, macht bitte die Hose zu. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.